hallo hier ist euer day von crypto news ja heute ein update zu xrp zur kryptowährung von ripple ja da wird so viel taradum gemacht kursziele immer utopischer und ja der bitcoin der banken quasi der ja überall kontakte zu banken zu finanzinstituten ja weltweit eigentlich kann man sagen die news die überschlagen sich es gibt wirklich immer wieder guten news tagtäglich da gehen wir gleich noch ein paar durch aber der kurs der ja tappt auf der stelle muss man sagen da passiert nichts nicht viel wir sind momentan bei 55 cent und waren da maximal mal bei 62 cent in letzter zeit und ja der der dieser rechtsstreit mit der sisi der ist ja jetzt mehr oder weniger beigelegt ripple muss halt strafe zahlen und dann heißt es jetzt momentan noch vielleicht geht die sisi jetzt noch mal in ja eine revision das im prinzip dann noch mal widerspruch einlegt gegen das urteil der richterin und daher ist der kurs trotz des positiven urteils sisi gegen ripple er tritt der kurs auf der stelle meiner meinung nach hat xrp wirklich ein hohes potenzial wirklich starkes potenzial ob es jetzt ein potenzial hat zu 1000 100 oder 10 euro 10 euro ist für mich eine ja eine summe wo ich sagen kann ok 10 euro könnte der kurs denke ich mir mittelfristig erreichen ob das jetzt in diesem bull run ist oder erst im nächsten bull run aber so 10 20 euro halte ich persönlich für realistisch natürlich keine handlungsempfehlung von mir weil der kurs ja momentan erst bei 50 cent ist das ist natürlich eine enorme kurssteigerung wenn man dann auf 10 oder 20 euro oder 20 dollar kommen würden aber die kurse so keine ahnung 100 oder 1000 us-dollar sogar 10.000 us-dollar so kurse sind ja teilweise hier im internet von irgendwelchen analysten vorausgesagt worten und das ist für mich momentan ja eigentlich vorstellbar ich sage mal erst mal muss xrp ja die ein dollar hürde mal nehmen einfach mal aus dieser range aus dieser range bis 60 65 cent mal raustreten um dann mal wieder ja zumindest mal die ein dollar wieder mal irgendwo zu gewinnen da gibt es einige meldungen hier zum beispiel ein china deal den ripple abgeschlossen hat ras xrp jetzt zur 200 dollar marke also der wahnsinn was hier für kursziele aber ja quasi herauf hervorgerufen werden auf jeden fall hat ripple hier ein china die quasi mit verschiedenen chinesischen banken abgeschlossen und hat dadurch in china und hongkong eigentlich fast jede bank jetzt eigentlich mehr oder weniger arbeitet jetzt mit xrp das ist natürlich ein wahnsinn eigentlich und ist auf jeden fall super gut news ob das jetzt rechtfertigen würde dass jetzt der kurs auf 200 dollar marke rast wage ich zu bezweifeln aber zumindest müsste der kurs ja mal zumindest auf zwei drei dollar schon mal sein weil er wie gesagt die letzten bull runs nicht mitgenommen hat wegen dem recht streiten der sec gegen ripple und deshalb denke ich mir wären kurse eigentlich von drei bis fünf dollar momentan ja meiner meinung nach viel viel realistischer eigentlich als jetzt hier bei 50 cent oder 55 cent aber gut das ist halt der markt der der kurs kommt hier nicht aus dem pot muss man sagen der hängt hier weiterhin in dieser range irgendwann wird er ausbrechen hoffe ich zumindest mal und dann kann es hier schon zu anderen kursen kommen wie gesagt die ja für manche kursziele halte ich jetzt momentan für utopisch aber das kann sich ja sehr schnell ändern zum beispiel mit dieser meldung dass der elon musk eventuell plant xrp als bezahlung auf x zuzulassen quasi das ist auch so ein gerücht mehr oder weniger gewesen die meldung zum 29 august ja ob das passiert oder nicht momentan ist es noch nicht passiert bisher bisher hat elon musk sich dazu noch nicht geäußert aber das wäre natürlich auch schon mal ein punkt wo man sagen würde okay wow das auch wieder gut news könnte den kurs beflügeln noch mehr könnte den kurs beflügeln wenn 40 milliarden token verbrannt werden würden das ist auch ein gerücht in der community der xrp community dass ripple tatsächlich 40 milliarden token ja verbrennen könnte quasi aus dem verkehr ziehen könnte und das würde natürlich tatsächlich zu einem hohen kurspotenzial führen also das ist auf jeden fall ein punkt burning also quasi reduzierung der umlaufmenge an token das tut natürlich jeden token token beflügeln jeden coin beflügeln und würde dementsprechend auch xrp beflügeln und könnte ihn zumindest kurzfristig dann auf drei bis fünf dollar auf jeden fall bringen meiner meinung nach wenn hier diese 40 milliarden token aus dem verkehr gezogen werden würden insgesamt können 100 milliarden token auf markt gegeben werden insgesamt momentan sind über 50 milliarden die schon auf markt sind und wenn jetzt 40 milliarden quasi von diesen 100 milliarden rausgezogen werden würden gebürnt würden dass quasi die nicht mehr auf markt gehen können dann würde dies 100 prozentig meiner meinung nach den kurs hier stark beflügeln natürlich keine handlungsempfehlung von mir aber man weiß es natürlich nicht es sind viele news hier auch gewesen die hätten den kurs stark beflügeln können haben es nicht gemacht und so könnte natürlich diese meldung wäre realistisch dass der kurs beflügelt werden würde aber wissen tut man es natürlich nicht der kurs wie gesagt bei 55 cent und ja kommt nicht irgendwie aus der range raus wir schauen uns den chart gerade noch mal an das heißt er läuft hier in einer stabilen seitwärts bewegung über 38,2 fibonacci retracement wenn man sich die anstieg hier anschaut und da bewegt er sich oben drüber allerdings ist er unter der 20 und unter der 50 tage linie hier würde ja wenn es jetzt weiter nach unten geht ein verkaufssignal generiert werden weil die 20 tage linie die 50 tage linie von oben nach unten durchstößt also sieht momentan zumindest jetzt erstmal aus ist jetzt auf der selben linie wenn wie gesagt der kurs jetzt noch weiter nach unten geht könnte hier ein verkaufssignal generiert werden sollte der kurs diesen weg nicht fortsetzen sondern sich nach oben bewegen ist dieses verkaufssignal außer fecht quasi gesetzt wir haben rsi von 46 das heißt wir sind hier mehr oder weniger im neutralen bereich und der kurs wartet hier auf news auf neuigkeiten auf ja auf bahnbrechende neuigkeiten mehr oder weniger ja die zeit die einspruchszeit von sec ist jetzt auch bald beendet sind ja 60 tage insgesamt die hälfte haben wir schon nochmal über die hälfte das heißt wenn jetzt er sich nicht bald widerspruch einlegt könnte das natürlich den kurs auch noch beflügeln weil man dann natürlich sehen würde okay da ja da droht kein ungemacht von seiten der sec dass da wieder widerspruch eingelegt wird und dann das gerichtsverfahren wieder in die nächste instanz geht gut also im prinzip war es das jetzt zu xrp zur kryptowährung von ripple und mich würde es auf jeden fall freuen wenn ihr meinen kanal abonnieren würde und die glocke hinterher läutet um nichts zu überpassen von xrp von ja von anderen kryptowährungen und auch von aktien ansonsten lasst euch gut gehen und wir hören uns wieder tschüss